Also ich gehe davon aus, dass das wichtigste Teil da hinten in dem großen Gebäude... Aber man kann sich hier auch eingraben. Ja, ich hatte mich davor auch an diesem Staub mal eingegraben. Auch an diesem Stein? Ja, Stein hat bei mir nicht geglaubt. Im Staub wollte ich mich eingraben als... Nein, nicht eingraben, sondern ich konnte mich beim Stein hinlegen. Hallo zusammen und es geht weiter mit Ghost Recon Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich komme rum, jetzt sind alle anderen. Wir sind bei der Prototyp-Werkstatt auf Golem Island und müssen dort mal wieder Technologie stehlen. Dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Das war eine. Ich habe einen Headshot verpasst. Diese Sensor-Karte kann man... Was stecken hier eigentlich? Also die stecken richtig was ein, die Ich-Klump hier. Alle Sensor-Karten... Die sind alle hinten dran, Goethe. Können wir uns mal probieren, ob wir hier von oben irgendwie reinkommen. Soldat, ähm, der Funk ist tot. Hab gerade mal. Funk ist tot. Das hast du doch gerade angetriggert, oh? Ja, aber ich habe ihn geholt. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Da ist ein Drohnen-Soldat, den hole ich mir auch noch. Ich wurde eine Leiche gefunden, das ist mir egal, aber mich hat ja keiner gesehen. Drohnen-Soldat tot. Ich versuche die Sniper zu holen. Aber da kommen wir nicht dran an die Sniper. Aber kommen wir vor die oben ins Gebäude oder ist hier ein Riss? Oh oh, Harley. Aber es kann jetzt kein Drohnen-Soldat uns abpacken. Aber es kann uns kein Alarm-Soldat... Aber hier kommt man runter. Hier ist eine Platte, hier kommt man runter. Noch mal zwei Leute tot? Ich sehe es. Oh, ich wäre gerade fast da unten wohnen. Hier lang? Er sieht mich denn da durch die Wand. Der ist doch tot, der kann mich gar nicht mehr sehen. Tot? Dann hat es keiner. Ich bin da jetzt nicht so einfach so. Ties dann nicht drauf. Ich gehe da gleich mit der Leiter. Ich baller hier das. Ich gehe wieder irgendwer durch... Tot? Der hat mich gesehen. Er hat mich tot. Ach, jetzt habe ich zwei Leute gesehen. Kack. Auch tot, der hat mich gesehen. Ich habe den Mörser weggeholt. Oh, der Minigun-Heini. Ich weiß. Alter, Falter, es geht hier ab. Smiper tot. Hier ist ein Geschütz. Ja, aber guck mal wie rot das hier wird. Das ist ja Wahnsinn. Muss nach. Geschütz ist kaputt. Ich habe die Explosion gesehen, ja. Raketen soll dann auch tot. Ist noch ein Geschütz. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ja, aber das Geschütz... Ich sehe die Truhe. Die stehen auf zwei Dingern drauf. Ich weiß, das Geschütz, das kriegt wieder keinen Schaden. Das ist hier so ein Buggy-Geschütz. Die stehen auf zwei Kränen drauf, die Geschütze. Ja, ja. Aber normalerweise kannst du das Geschütz jetzt zerballern, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe es ja gerade probiert. Ich habe nur auf das Rote geschossen. Auf den Leuchten steigen Punkt. Nee, jetzt ist ein Smiper. Smiper tot. Eigentlich ist es kaputt. Perfekt. Da unten ist die Truhe, Alter. Ja, da müssen sie nur runterkommen. Ich kann nicht runterspringen, denn sind wir tot. Da sind fahrbare Drohnen auch noch. Wir müssen runterlaufen. Das ist der Trick dabei. Da unten ist alles freigeräumt. Ja, aber hinter uns sind noch Sniper und fahrbare Drohnen. Komm hier lang. Ich weiß, wo wir kommen. Das sind zwei Kisten, die wir holen müssen. Eine links, eine rechts. Ja, ich merke, ich merke. Und mich hat so eine Fahrbahn von Drohnen. Ich sag doch. Hier lang. Hier lang. Ich bin weg. Das sind zwei Kisten. Hier vorne ist einer. Ich bin weg. Das sind zwei Kisten. Hier vorne ist einer. Einsatz abgeschlossen. Ich habe den Einsatz abgeschlossen. Ja, ich bin aber tot. Da gibt es noch eine zweite Kiste, die du holen musst. Ja, ich weiß, aber der Einsatz ist uns schon abgeschlossen. Aber wir nicht. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Scheiße. Manchmal verstehe ich die Mission nicht. Nein, ich muss nachladen. Alle Wolfs sind irgendwie versteckt, außer die fahrbare Drohne. Und ich bin auch versteckt. Trotzdem bin ich tot. Ich habe noch eine EMP-Granate. Ja, die Wolfs sind aber nicht. Deshalb verstehe ich das nicht tot mit dir. Drohne kaputt. Das kann ich neu spawnen. Ganz toll. Das ist ein Mist. Irgendwas. Also ich behaupte, bei dem Einsatz stimmt was nicht. Okay, ich bin hier unten. Hier ist noch eine fahrbare Drohne. Ich weiß, das ist ein Mist. Das ist brutal. Ich habe eine fahrbare Drohne. So, jetzt bin ich über 10 Kilometer neben dir gespawnt, dass ich mir den Einsatz auch noch abschließen kann. Ach, das ist ein Kackdruck. Ich muss nur noch eine Truhe aufpassen. Ich weiß, die Pistole, das kann ich dich wieder retten. Das ist ein Mist. Nein, ich komme noch nicht durch. Ich bin noch nicht durch. Dann heile ich. Aber versteckt dich. Bin versteckt. Also ich die Drohne gleich am Hintern kleben. So, schall den Fall ab. Ja, jetzt mag ich wieder im Felsen fest. Schall den Fall ab. Schall den Fall jetzt ab. Da fliegt nichts weg von der Drohne. Also entweder sind die Buggy, diese Drohnen. Guck mal, ich kriege kein bisschen Schaden. Ich habe keinen Schadenspunkt gepflegt. Das gibt es doch nicht. Jetzt hast du einen Krümelschaden gekriegt. Ich treffe genau das Orangenschaden. Die erste ist kaputt. Nice. Ich habe beide Truhen gleich. Ja, ich muss ja noch holen. Jetzt macht Mutti hier wieder den Schalldämpfer nicht ab. Du Mann, das ist so cool. Ich habe beide Truhen. Ja, ich komme. Ich muss auch holen. Ich muss da irgendwie hin. Oh, wie komme ich denn hier hin überhaupt? Oh, ohne dass sie die Drohne mich holen. Ach, jetzt ist das hier wieder das dolle Gestein wieder im Weg. Oh Mann, jetzt kann ich mal nicht klettern. Hä, wo sind die Drohnen jetzt? Also ich raff das nicht. Sie sind woanders. Ja, warum sieht es plötzlich so aus? Ich war alle bei uns gerade hier. Ja, es ist ja alles wieder gelb. Also sie sehen uns ja nicht. Und jetzt bin ich in so ein Loch gefahren, komme ich raus. Ganz toll. Also bei mir ist die Mission abgeschossen. Ja, ich muss jetzt hier. Wie hoch krackst du denn auf, dass ich hoch? Ja, komme ich nicht hoch. Dann soll ich jetzt hier hoch, komm, ihr Jungs. Aber das muss Buggy Software besser machen. Dann dürfen sie sich so steile Maps bauen. Oh, ich habe eine leichte Verletzung. Ja, die Map, die, wie heißt das? Die Felsen. Ich falte die Drohne aus. Die Formation hier stimmt nicht mit dem überein, was Ubi geplant hat. Muss ich andersrum. Aber vielleicht ist es auch Absicht, dass man andersrum muss. Keine Ahnung. Also der Schalldämpfer ist noch ab, weil hier sind ja noch zwei von diesen Boden. Oh, jetzt kommt Mutti wieder nicht hoch. Nee. Also Schalldämpfer bleibt. Ja, ja, aber ich komme nicht hoch. Oh fuck, ja, jetzt sicht es nicht so eine Drohne. Ja, und ich komme nicht hoch. Ich bugge hier zum Beispiel felsenfest, jetzt kann ich wieder im Kreis laufen. Ach, so ein Schrott. Das ist ehrlich gesagt Schrott. Wir haben die Mission so gut gespielt. Und dann wegen so einem blöden Bug, dann bleibt man hier hängen, das ist gespeuert. Ich probiere gerade die Drohne mir die ganze Zeit, wo wir mal zu halten. Und hier, ich probiere erstmal aufs Geländer zu kommen. Ich gehe wieder an Deckung, gleich wieder nach. Die Drohne ist zur Hälfte tot. Ich komme nicht, wenn ich jetzt komme. Aber dahinter steht auch noch eine andere Drohne. So, jetzt komme ich hoffentlich aufs Gelände. Ja, endlich. Ja, aber irgendwo ist ein Sniper. Ich kriege ganz derbe Hits. Hast du noch einen Sniper irgendwo bei dir? Drohne ist kaputt. Perfekt, so muss das sein, zu zweit. Aber ich habe gerade noch irgendwie so ein Sniper-Hit gekriegt. Entweder war das von der Drohne, was ich nicht glaube. Das war von der Drohne, das war Kreuzfeuer. Ja, dann ist es. Der Minigang auch tot. Es sind nur noch eins so eine dicke Drohne hier unten. Die kriegt wieder keinen Schaden. Die ist das geil. Jetzt habe ich die falsche Granaten geworfen. Ah! Das ist auch immer umgestellt wird bei Ubi. Ich bin verleidzt. Kacke. Jetzt hoff die Drohne zum Verhandeln aus dem Internet. Ich muss mich... Ich habe keine Spritze nehmen. Ja, ich habe die Drohne. Ich habe keine Spritze. Ja, ich mache jetzt flat. Ich habe... So, ich habe eine MP-Granate gebraucht. Entweder. Was muss ich da noch jetzt schnell den Loot holen? So. Ah. Endlich. Jetzt muss ich da hinten noch schnell die zweite Truhe haben. Wir haben es endlich geschafft. Dann können wir in Ruhe das Gelände noch ablooten. Vielleicht findest du noch Spritzen. Es gibt zweimal... Ach, es gibt einmal den Wolfhandschuh und den Wolfhandschuh. So, jetzt abgeschlossen. Dann nehme ich mal den. Jetzt würde ich sagen, jetzt looten wir noch ein bisschen rum. Ich sage, danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ja, wir haben...